Was geht ab YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Ja, ich wüge jetzt euch ganz herzlich zu einem kleinen Pokémon Go. Wie man's? Und Vlog-Kombination, irgendwie sowas. Ich muss mal gucken, wie ich das noch verlächtig hinkriege. Ich würde ganz gerne mein Smartphone filmen, aber der Randy sagt mir nicht, wie das Programm heißt, der Ego Sachse. Und ja, deswegen machen wir es erstmal so. Ich kümmere mich heute Abend darum, dass ich ein Aufnahmeprogramm für Android bekomme. Wir sind jetzt erstmal auf dem Weg zu einem kleinen Pokestop. Ich versuche das mal hier zu zeigen. Da bin ich. Und da ist der Pokestop. Direkt in der Nähe des Pokestops ist auch gleichzeitig noch eine Pucke Arena. Und da will ich hin. Ich muss jetzt erstmal zum Pokestop, weil ich keine Puckebälle mehr habe. Ich habe die ganze Zeit auf mein Tablet zuhause gespielt und das hatte kein mobiles Internet. Und ich habe meine ganzen Pokkebälle versaut. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal... Oh, es vibriert. Wir sind schon in der Nähe des Pokestops. Und da ist ein Raupi. Und das... Ich muss eben wegdrehen, da waren Leute. Wählen wir uns jetzt erstmal holen. Und dann schauen wir uns auch gleichzeitig mal die Arena davon an. Die Arena wird bewacht von einem Relaxo. So, wir sind jetzt hier am Pokestop. Ich hoffe, das kriegt man gut drauf. Äh... Wir müssen es drehen. Oh, was bekommen wir? Oh, nice Leute, Alter. Wir bekommen drei Puckebälle und ein Pucke Ei. Das ist ja geil. Zack. Bekommen. 1, 2, 3 Puckebälle, ein Pucke Ei. Nice. Das ist ja cool. Äh... Gut. Da ist auch gleichzeitig ein Raupi. Ich weiß gar nicht. Wir müssen mal eben gucken, Pokedex, ob wir ein Raupi überhaupt schon haben. Ja, Raupi haben wir schon. Aber es können... Oh, da ist ein Enton. Oh, jetzt hängt es gerade ein bisschen. Oh. Nice. Wo ist das Enton? Enton? Ach, ich habe ausgemacht. War zu doof. Hier ist das Enton. Das werden wir uns jetzt erstmal versuchen zu fangen. Ich versuche das mal irgendwie so... Ich hoffe, man erkennt das. Ups. Mit deiner Hand ein bisschen schwer, warte. Ja, verdammt. Wartet. So. Und wupp. Zack. Es hat uns abgeprallt. Wir haben nur noch einen Puckeball, Alter. Oh. Fail. Ich habe keine Puckebälle mehr. Ah, verdammte Scheiße. Mist. Ich weiß aber, dass sich alle 5 Minuten hier das Ding aktualisiert. Wir machen hier erstmal einen Cut, Leute. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich neue Puckebälle habe. Alter, verdammt. Hau rein. Wupp. Wupp. Yo, Leute. Ich habe hier 5 Minuten eben kurz gewartet. So. Eben hier 5 Minuten gewartet. Hab nochmal dran gedreht. Hab jetzt dieses Enton gefangen. Wir haben... Da. Warte. Enton. Das ist da. Enton. Enton, Enton. Enton haben wir gefangen. WP40, 400 Sternenstaub, 3 Enton Bonbons. Und nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Jetzt ist aber, wo ich jetzt hier gerade gewartet habe, ein Sterndu aufgetaucht. Da ein wildes Sterndu erscheint. Zack, zack. Wir haben 2 Puckebälle. Ich versuche es jetzt zu fangen. Ich versuche mal eben... Äh... Genau. Warte mal. So. Legen wir es hier ab. Tada. Warte mal. Irgendwie so drehen, dass man auch... So. Ne, das ist scheiße so. Warte mal noch. So. Jetzt versuchen wir das wilde Sterndu zu fangen. Zack. Bam. Hoffentlich war es jetzt drauf. Sterndu, komm mit unser Team. Bam. Gefangen. Wir haben ein wildes Sterndu gefangen. Zack. Es sind nochmal 600 EP. Und Sterndu wird im Pokédex eingetragen. Läuft. Läuft. So. Machen wir okay. Oh. Wir sind Level up, Leute. Äh... Wir sind jetzt Level 6. Jetzt müsste ich eigentlich wieder einen ganzen Batzen... Ähm... Da. Wir steigen auf. Level 6. Aufstieg. Boom. So. Wir bekommen 15 neue Pokébälle. Ein Beleber habe ich gerade irgendwas gesehen. Warte mal. Äh... Dort schauen wir nochmal nach. Items. Beleber haben wir gekriegt. Oh, eine Ei-Ausbrötungsmaschine. Nach drei Einsätzen geht sie wohl kaputt. Nach drei Einsätzen geht sie wohl kaputt. 16 Pokébälle haben wir jetzt. Und 20 Mal Trank. Ich will mich jetzt ein bisschen in Richtung der Arena bewegen. Die müsste da vorne irgendwo sein. Und ja, wir sehen uns dann wieder bei der Arena. Haut rein. Bis gleich. Ich bin jetzt hier in der Nähe der Arena. Und ähm... Ich habe die Arena angeklickt. Da kam dann dieser Professor Humblemanni. Der will jetzt, dass wir uns für ein Team entscheiden. Ähm... Oder nehmen wir Team Rot. Äh... Ich weiß es nicht. Wir nehmen Team Rot. Ich bin... Ja, wir nehmen Team Rot. So. Bam. Äh... Willkommen im Team Wagemut. Das ist schon mal gut. Ähm... Alter, hier in der Arena ist ein Radikal. Level 419. Das äh... Kriege ich auf gar keinen Fall irgendwie hingeschissen. Aber äh... Wir schauen mal. Wir haben noch ein Hypno hier. 1019. Und ein Aquana 1000... Was weiß ich. Ein Relaxo 1400. Da komme ich einfach nicht gegen an. Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen... Ich gehe noch ein bisschen wandern. Pokémon Tour. Und wir sehen uns später wieder. Haut rein. Jo meine lieben Freunde. Da bin ich auch wieder. Ähm... Ich war ja gerade an der Pokémon Arena da. Ich habe zwei dieser Leute da kennengelernt. Die ähm... Dort die Arena wohl äh... Beschützen oder verteidigen. Keine Ahnung. Und da hinten mit dem jungen Herren, der da hinten auf dem Fahrrad. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt. Habe ich mich auch gerade unterhalten. Wir haben so ein bisschen gequatscht. Ich habe mit den Jungs gequatscht. Die Arena da äh... Verteidigen und so. Hab gefeiert. Ey Alter, wie habt ihr die Pokémon so schnell hochgeklickt? Ich sagte, äh... Ich hab das Pokémon schon länger. War aber noch nie draußen irgendwie so am Zocken oder so. Ja. Und dann haben die gesagt, äh... Äh... Dann die Pokémons ähm... Mit den Bonbons. Wenn du die fängst. Und dann äh... Kriegst du ja immer drei Pokébonbons. Und wenn du die nochmal wegschickst. So ein Professor Eich oder so. Bekommst du nochmal ein Pokébonbon. Und dann wenn du Pokémons fängst, bekommst du natürlich diesen Sternenstaub da. Und damit... Ja... Kannst du die WP erhöhen. Das wusste ich schon alles. Aber die Jungs die sagen, ach ich hab schon hier ein paar Euros ausgegeben für Dingen. Und damit sie sich Pokébälle kaufen können. Und keine Ahnung was. War sehr nett die Leute. Wirklich, war sehr nett. Also die waren... Haben mich gefragt, was ich mit der Kamera gemacht habe. Die haben mich wohl schon gesehen, wo ich an der Kirche da stand. Da hab ich gesagt, ja bisschen so für YouTube. Bisschen aufnehmen und so. Ja, dann haben sie ganz normal gequatscht, Alter. War richtig cool. Hat echt Bock gemacht. Der Junge auch gerade, der hinter mir gefahren hat. Äh... Der so, was fängst du denn gerade? Ich versuch gerade ein Hornliu zu fragen. Und äh... Ja, haben wir uns auch so ein bisschen unterhalten. Hat er mir seinen Pokédex gezeigt und so. Und er sagte, ich würde dir gerne ein paar Pokéons geben, aber... Man kann ja noch nicht tauschen, muss noch auf das Update wahren. Richtig geil. Macht... Hey Leute, macht echt Bock. Die Leute so... Echt geil. Macht... Macht Fun. Ich versuche jetzt gerade zum anderen Pokéstop zu laufen. Äh... An so einem Tennisplatz. Das ist ein Pokéstop. Da muss ich mal eben hin. Und... Ähm... In der Zeit, wo ich mit den Jungs da gequatscht habe mit der Arena, hab ich ein Carpador gefangen. Hornliu jetzt gerade, wo der Typ da war. Und ähm... Was war das noch? Ein Stern... Nee, Stern-Dur habe ich euch gezeigt. Ein Carpador habe ich gefangen. Ja, das war's. Das war's so. Ähm... Wir sind jetzt hier am Tennisplatz. Uh, da ist sogar was los. Und ähm... Wir werden den Pokéstop noch holen. Ich hatte noch zweimal da hinten den Pokéstop gemacht. Oh, Leute. Alter, ein wildes Paras. Das fangen wir uns mal eben. Wupp. Ja, mit einer Hand ist das so scheiße. Ich versuche das mal irgendwie so zu halten. So... Ey, da springt es hoch. Was soll der Scheiß? Komm schon. Zack. Wir hoffen, dass es drin bleibt. Eins... Zwei... Drei... Bäm... Klasse. Paras wohl gefangen. Und... Geilo! Da, für Paras wird ein neuer Pokédex-Eintrag angelegt. Richtig cool. Richtig cool. Ich muss noch mal gucken. Ich will mir einen... Äh... Den Akku aufladen. Ich habe keinen Akku mehr, Leute. Scheiße. Mein Handyakku macht auch schlapp. Äh... Ich würde auch sagen, ich mache jetzt hier noch den Pokéstop. Und dann schauen wir mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ähm... Ja. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, vielleicht auch mal ein anderes Format. Ich versuche, dass ich das hier capturen kann. Und in dem Sinne, Leute... Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Tschüss!